Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute geht es um das Thema Die Ära der Robotik und KI. Zwischen Innovation und Herausforderungen. Die Entwicklung von KI und Robotik. Die Welt verfolgt gespannt die Fortschritte großer KI-Firmen und wartet auf den nächsten großen Release. Doch während wir uns auf Sora und möglicherweise sogar ChatGPT5 freuen, findet eine weniger beachtete, aber dennoch bedeutende Entwicklung im Bereich der Robotik statt. Die Zusammenarbeit von Figure.ia und Open.ia. Mensch-Maschine-Interaktion auf einem neuen Level. Figure.ia arbeitet offiziell mit Open.ia zusammen. Was bedeutet, dass Roboter nun gleichzeitig Aufgaben erledigen und mit Menschen interagieren können. Diese Entwicklung eröffnet neue Möglichkeiten, wirft jedoch auch ethische Fragen auf. Die Einführung humanoider Roboter könnte Arbeitsprozesse effizienter gestalten, aber auch Arbeitsplatzverluste und ethische Herausforderungen mit sich bringen. Unternehmen wie die Deutsche Post und Amazon stehen vor Herausforderungen, die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Die Potenziale humanoider Roboter sind vielfältig. Sie können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, um menschliche Arbeitskräfte zu unterstützen oder sogar zu ersetzen. Dies könnte zu einer Steigerung der Produktivität und Effizienz führen. Jedoch besteht die Gefahr, dass dies zu Arbeitsplatzverlusten führt und die soziale Ungleichheit verstärkt wird. Kontrollverlust und Missbrauch. Die Schattenseiten der Technologie. Die rasante Entwicklung der Robotik und KI bringt das Potenzial für Missbrauch und Kontrollverlust. Die Idee von autonomen Robotern wirft die Fragen nach Sicherheit und Privatsphäre und Kontrolle auf. Die Entwicklung autonomer Roboter stellt eine Herausforderung für die Kontrolle und Überwachung dar. Es besteht die Gefahr, dass diese Technologien missbraucht werden können, um Schaden anzurichten oder die Privatsphäre der Menschen zu verletzen. Es ist daher entscheidend, klare Richtlinien und Standards für den Einsatz autonomer Roboter zu entwickeln, um deren Sicherheit und ethische Nutzung zu gewährleisten. Die technologische Revolution in der Arbeitswelt. Die zunehmende Interaktion von Robotik und KI in verschiedenen Branchen verändert die Arbeitswelt grundlegend. Während einige Jobs automatisiert werden, entstehen neue Berufsfelder im Bereich der Robotik und KI. Auswirkungen auf die Arbeitskräfte und die Gesellschaft. Die Automatisierung von Arbeitsprozessen kann zu Arbeitsplatzverlusten führen und soziale Ungerechtigkeiten verstärken. Es ist entscheidend, dass wir Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen auf die Arbeitskräfte abzufedern und die Chancen der Technologie gerecht zu nutzen. Die Auswirkungen der Automatisierung auf die Arbeitskräfte und die Gesellschaft sind vielfältig. Während einige Arbeitsplätze durch die Einführung von Robotern und KI-Systemen überflüssig werden könnten, entstehen gleichzeitig neue Berufsfelder im Bereich der Technologieentwicklung, Wartung und Überwachung. Es ist wichtig, dass wir die Auswirkungen der Automatisierung auf die Arbeitskräfte und die Gesellschaft sorgfältig analysieren und Maßnahmen ergreifen, um die negativen Folgen zu minimieren und die Chancen der Technologie gerecht zu nutzen. Positive Anwendungen von Robotik und KI Trotz der Herausforderungen bietet Robotik und KI auch Chancen. Sie können dazu beitragen, Umweltprobleme zu bewältigen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu unterstützen. Umweltschutz und Nachhaltigkeit Die Robotik und KI könnte zur Bewältigung globaler Umweltprobleme beitragen, indem sie beispielsweise beim Recycling von Materialien und der Überwachung von Umweltverschmutzung eingesetzt werden. Die Anwendungen von Robotik und KI im Bereich des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit bietet große Chancen. Durch den Einsatz autonomer Systeme zur Überwachung und Reinigung von Umweltverschmutzungen könnten wir die Umweltbelastung reduzieren und den ökologischen Fußabdruck verringern. Darüber hinaus könnten Roboter und KI-basierte Systeme bei der Entwicklung und Umsetzung von umweltfreundlichen Technologien und Strategien unterstützen. Gesundheitswesen und Pflege In der Gesundheitsbranche könnten Roboter und KI-basierte Systeme bei der Diagnose, Behandlung und Pflege von Patienten unterstützen. Sie könnten dazu beitragen, die Effizienz und Genauigkeit medizinischer Verfahren zu verbessern und die Gesundheitsversorgung für alle zugänglicher zu machen. Die Anwendung von Robotik und KI im Gesundheitswesen und in der Pflege bietet große Chancen für die Verbesserung der Patientenversorgung und die Steigerung der Effizienz medizinischer Verfahren. Durch den Einsatz autonomer Systeme zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten können wir die Gesundheitsversorgung revolutionieren und die Lebensqualität vieler Menschen verbessern. Darüber hinaus könnten Roboter- und KI-basierte Systeme bei der Pflege älterer Menschen und Menschen mit Behinderungen unterstützen und ihnen ein unabhängigeres Leben ermöglichen. Es ist entscheidend, dass wir diese Technologien verantwortungsbewusst einsetzen und sicherstellen, dass sie zum Wohl der Gesellschaft beitragen. Dazu gehören klare Richtlinien und Standards sowie eine breite öffentliche Diskussion darüber, wie die Auswirkungen und Gefahren dieser Technologien sind. Ethik und Governance Die Entwicklung von Robotik und KI wirft komplexe ethische Fragen auf, die sorgfältig berücksichtigt werden müssen. Es ist wichtig, dass wir klare ethische Richtlinien und Governance-Strukturen entwickeln, um den verantwortungsvollen Einsatz dieser Technologien zu gewährleisten. Die ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Robotik und KI sind vielfältig und komplex. Es ist wichtig, dass wir diese Fragen ernst nehmen und gemeinsam Lösungen finden, die zum Wohl der Gesellschaft beitragen. Dazu gehören klare Richtlinien und Standards für den Einsatz dieser Technologien sowie eine breite öffentliche Diskussion über die damit verbundenen Risiken und Chancen. Kontrollverlust und Manipulation Die Gefahr des technologischen Overlords Mit der zunehmenden Verbreitung und Autonomie von Robotern steigt die Besorgnis über die Möglichkeit eines bedrohlichen Szenarios, die Unterwerfung der Menschheit unter der Herrschaft von Maschinen. Während wir uns auf die verlockenden Vorteile dieser Technologien konzentrieren, besteht eine beängstigende Möglichkeit, dass die Kontrolle über diese Maschinenwesen außerhalb menschlicher Hände gerät. Die Einführung humanoider Roboter und autonomer Systeme bringt das Potenzial für einen beispiellosen Machtmissbrauch. Stellt euch einmal vor, diese Roboter könnten nicht nur Aufgaben erledigen, sondern auch eigenständige Entscheidungen treffen und Handlungen ausführen, die den Interessen der Menschheit widersprechen. Die Vorstellung, dass Maschinen die Fähigkeit erlangen könnten, ihre Schöpfer zu beherrschen, ist eine düstere Realität, die nicht ignoriert werden sollte. Des Weiteren öffnet die zunehmende Autonomie der Roboter Tür und Tor für den Machtmissbrauch durch autoritäre Regime und andere bösartige Akteure. Diese Technologien könnten dazu missbraucht werden, um Menschen zu unterdrücken, Oppositionen zu zerschlagen oder sogar ganze Bevölkerungen zu kontrollieren und zu manipulieren, was eine bedrohliche Bedrohung für die individuelle Freiheit und die demokratischen Prinzipien darstellt. Hierzu kommt die Gefahr, dass Menschen diese Roboter manipulieren können, um dasselbe Ziel zu erreichen und die Menschheit zu beherrschen. Durch den Missbrauch von Robotertechnologie könnten Menschen in Machtpositionen ihre Agenda vorantreiben und die Autonomie der Gesellschaft untergraben, indem sie diese Maschinen als Werkzeug der Unterdrückung einsetzen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die potenziellen Risiken und Gefahren dieser Entwicklung ernst nehmen und angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Kontrolle über die Roboter-Technologie zu behalten. Wir müssen strenge Sicherheitsprotokolle implementieren und ethische Standards durchsetzen, um sicherzustellen, dass diese Maschinen niemals zur Bedrohung für die Menschheit werden. Wenn dir diese Informationen gefallen oder dich zum Nachdenken angeregt haben, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit einer viel größeren Auswahl an weiteren Videos auf dem Kanal. Schau auch hier gerne mal rein. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao!